So ich mach jetzt ok Ja? Wir sind in Warnerstrips Egal wir gehen trotzdem wieder nach hinten Hast schon alles außer der Inventar? Ich ess grad Kekse Ok in 3 Sekunden gehts los Und ich muss pissen Wollen wir dann in die Inventar gehen? Ja klar Nimm Brot raus, das andere brauchen wir nicht Und dann direkt wegrennen, ja klar Alles was drin ist halt Und dann rennen wir direkt nach hinten Ist ja jetzt wieder random ne? Ok es geht los 3, 2, 1 Komm schon Ups Ah ne angel, ne angel Ja komm geht los So ok renn, 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 komm her, komm her, komm her Da wo wir hinwollten, komm Ich hab richtig viel Essen Ja komm hier hoch Ok Folgt uns einer Guck mal Ne bis jetzt nicht Ja dann gehen wir Ups, Fallschaden Holz, holt, nimm mal Holz mit Ja, lauf noch ein bisschen, lauf noch ein bisschen Ne, 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 warte, warte Mach dir direkt ein Schwert jetzt hier Zur Sicherheit Das Fall, welche uns wirklich hinterher rennen Wo bist du? Hier, weitergelaufen Ja, ok Machst du Workback So Leute Ja, mach ich Und damit willkommen zu einem neuen Projekt Jetzt wieder mal Also das ist die zweite Season Von dem lieben Projekt Nehmen sie wieder mit Ok, ja, mach ich Die zweite Folge Warte geht's Warte, 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 ich ess doch grad was So jetzt so Die zweite Folge von Äh, nicht die zweite Folge Die erste Folge Die zweite Staffel, so Von Portalrun Mit natürlich dem lieben Seilbot Das Stringer Team Ja, wer bist, ist das, bist das du? Ja, klar Jawohl Muss aber hinrennen Nur uns ne Höhle holen Wo bist du? Hier, ja, wo bist du denn jetzt? Junge, wo bist du hochgelaufen? Ich bin da, jetzt gerade da, wo du warst Ah, ich seh dich, ich seh dich, komm Wo denn? Ich glaub ich hab grad einen gehört Ok, ne, ne, ist gut Äh, wir müssen da hin, ne? Also wollten wir Warum? Ja, so über Komm Ok Ja, wo bist du jetzt wieder? Ja Direkt neben dir, Junge Hinter dir, hier 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 ne Höhle Hier ne Höhle Ne, nicht hier ne vorbereitete Höhle Warum? Ja, guck, wie offen die ist Ja, aber die kommen nur und sich hinterher, Junge Ok, dann Und wenn, dann haben wir ja schon ein Schwerter, Junge Ja, ich geh nach ne Kuh, äh, hier killen Hier ist ne Kuh Müssen Tiere killen So, ich hab ne Spitzhecke Äh, sammel du Holz, sammel du Holz Ok Ja, wollen wir nicht lieber zusammen bleiben? Ja, aber, du, hier ist ja Holz direkt in der Nähe Sammel Holz einfach Portal, Portalgun geht nicht Wirklich? Das hätten wir eigentlich austesten können Da Müsste es auf dem Boden machen Geht noch immer net Auf dem Boden geht's auch nicht Äh, was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung, komm, wir gehen mal rein Ah ne, ne, nicht am Boden Wir müssen das hier machen Ähm, ich glaub, das geht doch Guck Das ist Land of Space Ja, komm, wir gehen mal rein, bitte Das geht nicht Komm, wir gehen mal rein Jaaaa Junge Alter, was? Wir müssen hier alles zu machen Junge Ja, wie, was machen wir jetzt ohne Portalgun? Wollen die das nicht irgendwie Ja, Leute Keine Ahnung Wir haben keine Portalgun Wir haben keine Portalgun Geht aber net Jetzt müsste gehen Jetzt geht's, jetzt geht's Okay Jetzt geht's Ja, komm, bitte Und jetzt, ich teste Lol, okay Alles klar, okay, okay Alter Komm bitte rein Jetzt geht's Ja, warte, warte, warte Wir brauchen Holz Hab ich ja Okay, nice, gut Alter Beruhig dich Wir sollen uns sofort zurückziehen Ja, gib mal Holz, gib mal Holz So wenig Warum du so wenig holst? Ja, ist doch so, warum Junge, weil ich Weil es Nacht wird Und ich hab keinen Plan Ob die jetzt da sind oder nicht Man muss vorsichtig sein Hier, komm her Hier, Spitzack für dich Ich hab die da hingelegt Ach klar Ja, da unten Ne, da oben Du suchst Stresse? Ich such Stein für, äh, ne? Offen Ja, genau So Ja, geh einfach in mich Du kannst mich schlagen Das weißt du schon, ne? Nein Die haben das ausgeschaltet Nur so Ja, echt? Ich hab gedacht, die haben das eingeschaltet Ne, 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 ne? Wir hatten noch ne Diskussion Da war's glaub ich nicht dabei Da hat er das einfach ausgeschaltet Wir können das gegenseitig nicht hauen Was gut ist Können wir im Kampf rückloser sein Wir haben gerade echt viel Eisen gerade gefunden Ja Geht bei euch alle die Pongern Jo Ja, komm wieder zurück, ähm Und macht den Ofen Damit ihr das Fleisch und Eisen schon machen könnt Ja, Moment Ich hab hier nochmal Krude gefunden Oookay, es ist Nacht So Was? Achso Ich hab alles ausgelöstet Ich ficke deine Szene, Digga Weil das ist ziemlich dumm gewesen In eine Höhle reinzulaufen Und den Eingang habe ich ja zugemacht Und das sieht Nicht gerade professionell aus Deshalb wollte ich eigentlich nur So zwei Runtergraben Ja, wir können ja gleich wieder weiterrennen Ne, es ist Nacht Achso, ja Ich hab einen Ofen Sehr nice Ich komm mit sehr viel Kohle Okay, Essen hab ich irgendwie genug Bis jetzt Ich hab auch vier Brot noch Ich hab einen Samen Ähm Achso, du hast hier schon ausgeleuchtet Ähm Machen wir das Trip-Mining hier, oder? Ja Okay, das heißt jetzt direkt runter Sollen wir eine Eisenspitzsacke oder ein Eisenschwert machen? Achja Jungs, für alle Spawn-Prods kommt Auch wenn ihr neu connectet Ihr müsst immer 60 Sekunden warten Ja Ähm Ne Frage, sollen wir erst Spitzsacke machen oder Schwert? Spitzsacke Obwohl, ne Schwert, Schwert Schwert Okay Zur Sicherheit So, ich leg hier die Kohle rein Nicht alles, nicht alles, ne? Nicht alle Kohle Ja, warte, ich muss mal kurz raus Boah, Hund Jetzt nicht Warum raus? Weil ich äh Äh Dinger sammle Äh Brot Äh Holz Ja, pass auf Hm? Aua Machst du Zombie getötet Boah, Hund Boah, Hund So Stippst du jetzt oder so? Ja, Mann Das wär übertrieben geil Aber ich hab viel Eisen Willst du noch ein Stippmein? Ja, so in der Art Wir müssen ja noch runter in der richtigen Höhe Teamkiste erstellt so Ich mach hier mal die Kohle rein Ich mach hier mal die Kohle rein Äh, ich mach für Hast du schon ein Schwert? Ja Ja Okay, dann mach ich Und Spitzange hab ich auch Achso, okay Okay, sehr geil Ich hab jetzt schon ne Angel Äh, wie kann ich die Höhe nochmal angucken? Was für netter F3 Okay Wo steht die Höhe? Dann äh Y X, Y, Z Z steht da Ich bin in Höhe 48 Ja, okay Wir können natürlich bis äh 11 gehen Ja, wir müssen bis 11 So Dann nimm mal die Sache jetzt Wir nehmen die gleich nach mit runter Ja? Ja klar Wir bleiben da nur unten Weil die stehen jetzt zu nah am Eingang Okay Aber die können ja auch den Eingang sehen Ja, dann machen wir den zu Aber die Kiste Okay, dann nehmen wir die Kiste Ne, alles mitnehmen Alles Auch die Fackeln Die wir geplantet haben Alle Spuren verwischen Ist ja egal Du bist da, ne, wo bist du runter gerannt? Ist es nicht Ne Echt nicht Hat das Spiel verlassen? Hä, warum? Ach hier, ja, ja Jetzt seh ich's Ist er gestorben? LOL Achso, der hat vielleicht disconnect oder so Nein, ist doch nicht schlimm Okay Ja, ist er sein Maus hat gefehlt Leuch Auch die Fackeln, die du hier aufm Weg gemacht hast, ja, ne? Ne, da nicht Bau einfach jetzt zu Hast du dir den Eingang zugebaut? Ja Ja, dann pass auf Den Eingang zu Okay, okay, okay Ja, lass die Fackeln ran Sonst spawnen da noch Monster Das erinnert mich an irgendein Projekt Das erinnert mich an irgendein Projekt Und dann die Workbench mal irgendwie hier hinstellen So, ist zu Gut Oh, ich höre Monster Okay, warte, ich lass dich bauen Oh, hier ist Kohle Hier ist ne Höhle, ja Hier ist ne Höhle Oh Ich hab ne Höhle direkt neben dir gefunden Ja, ich bin da auch gerade Ja, dann Beachte die nicht LOL Ja doch, klar Was ist das denn? Was ist? Ja, guck mal Bau dir den Block nochmal ab Wie so ne fette Schaltung Tatsächlich LOL Ja, das lassen wir lieber sein, oder? Klar Äh Was soll das denn sein? Äh Na komm, dann bauen wir uns ein bisschen nach links so Und weiter runter Äh Wir haben Die Pluginschaltung gefunden Die Pluginschaltung läuft Läuft Nein, das Eisen ist jetzt runtergefallen Oh, Zombie Hier ist Gold, Eisen, ich nehm alles mit Wo bist du? In der Höhle? Ja Hier ist richtig viel Ja, aber da sind auch richtig viele Monster Ne, hier bei mir stehen gar keine Mir stehen drei Zombies und Creeper Nicht die gleiche Höhle Wie, bist du höher? Ganz wenig Ja Da wo man runterfällt Nur ganz bisschen runterfällt Da bin ich reingerannt Plugin oder Wechsel? Und wieder setzt da keine Falkeln, Junge Na Das Plugin Ja, nicht abbauen Ach, ne Kannst du mir Kohle geben Bitte Ja, Moment Alter, es ruckelt gerade Also es leckt Hat gerade kurz geleckt Hast du Kohle gegeben Hast du Kohle gegeben? Hallo Ja, ne noch nicht, warte Ich geb dir gleich Lol, das Server lag Lol, das Server lag Ach ja, das Server lag Machen wir uns nen Kompass, ja ne? Kannst du mir bitte Kohle geben Jaaa Jaaa Ja, ich will auslöschen, sonst kommt noch ein Spasti-Monster und töte uns Jaaa Ist nicht, weil du die erste Folge-Runde gewonnen hast, dass du, äh Fresse, Alter Dass du jetzt der erste Revelexperte bist Hast du Pickel oder was? Ja, du bist mein Pickel Du bist ein Pickel, Alter Direkt schon am stressen, der Typ Ja, Junge Chill dein Leben Chill dein Leben Den werden wir noch? Ja, das werden wir ja noch sehen Lava Lol, ich hab ne Schlucht gefunden Ja, ist ja gut Ja, da gehen wir erst nachher Also das Ey, es lag zu übertrieben Bei mir nicht Noll Ja, du baust ja nicht so viel Blöcke ab wie ich Doch, eigentlich schon Ok, jetzt lag es Ja, siehste Egal Scheiß Nitrale Ist doch nicht was von Nitrale, glaub ich Äh, hast du da, äh, wo du runter gebaut hast, wieder zugebaut? Zugebaut Wir treffen uns nach den Aufnahmen nochmal alle, ok? Ok Ja, sollen wir uns irgendwie in so ein Schutzkabinett bauen, damit wir hier unser Lager aufschlagen Achso, die, die, die fünf, die fünf Minuten sind jetzt schon um? Echt? Ja, guck doch mal Ja, sollen wir uns irgendwie so ein Häuschen bauen? Ah, hier ist die, äh Ja, können wir machen Damit wir uns, äh, unser Lager aufschlagen können Also wo sind wir rausgekommen, das müssen wir ja wissen Da lang Hier Sicher Ja Ja Ok So Am besten mache ich später mal eine Tür Noch 20 Sekunden So, ja Können wir so viel wieder rauf, oder? Ja, aber das ist ja, wir Ne? Ja, ist gut Moment Moment Haben wir genug Holz dabei? Ne, ne? So, deine Zeit ist vorbei Warte 0 Stunden, bis du wieder spielen darfst Ok Ja, Leute, ich hoffe die Folge hat dir gefallen Äh, wenn euch die Folge gefallen hat Können wir euch da oben da lassen Alle Teilnehmer sind in der Videobeschreibung Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Portal 1 2 Äh, ich glaube das kommt jede zweite Folge Das Projekt Ja, von daher Tschüssi!